Nun, Meister, wenn's gefällt, wird das Gemerk bestellt. Wählt der Herr einen heiligen Stoff, was heiligem Er der Liebe paniert, spät und sing ich mir zu hoff, das gilt uns weltlich. Brummelein, Meister, Beckmesser, schließt euch ein. Ein saures Amt und heut zum All, wohl gibt's mit der Kreide manche Qual. Herr Ritter wisst, Sixtus Beckmesser, Merke ist. Hier im Gemerk verrichtet er stilst ein strenges Werk. Sieben Fehler gibt er euch vor. Die Märkte mit Kreide dort an, wenn er über sieben Fehler verlor. Dann versankt der Herr Rittersmann, gar fein erhört. Doch dass er euch den Mut nicht stört, seht ihr ihm zu, so gibt er euch Ruhe. Und schließt sich gar hier ein, lässt Gott euch befohlen sein. Was euch zum Liede riecht und schnur, vernehmt nun aus der Tabulatur. Ein jedes Meistergesang ist wahr, stell ordentlich ein Gemäße dar. Aus unterschiedlichen Gesetzen, die keiner soll verletzen. Ein Gesetz besteht aus zwienen Stullen, die gleiche Melodie haben sollen. Der Stulln aus etlicher Vers gebet, der Vers hab seinen Reim am Bett. Darauf so folgt der Abgesang, der sei auch endlich Ferse lang. Und hab's ein besondere Melodie, als nicht im Stollen zu finden sei. Der Leih gemäßes Meer wie Barren soll ein Getmeisterlied bewahren. Und wer ein neues Lied gericht, das über vier der Silbe nicht eingreift, den anderer Meister weist. Das Lied erwärbt sich Meisterkreis. Nun setzt euch in den Singestuhl, hier in den Stuhl, wie's braucht der Stuhl. Er wird euch in den Stuhl! Untertitelung. BR 2018